ja hallo mein namen ist andreas fritz und willkommen zurück bei city skylines so dass er jetzt draußen und ja nun möchte die stadt noch weiter bloß ich werde jetzt hier nicht alles austauschen also mit mit neuen straßen also hier zum beispiel mit dem busspuren oder mit dem fahrrad wegen oder aber dann hier dieses bus depot bauen oder busbahnhof vielleicht bei euch doch ja und ja dann machen wir einfach mal weiter ich habe hier gesagt ich mache hier ein wohngebiet hin dann schauen wir mal das wasser fertig das reicht so dann machen wir noch ein paar wege rein so hier machen wir einen tunnel und der geht dann hier hoch schon mal ob wir hier rüber kommen nein das stimmt das geht ja nicht dann machen wir es so zack einmal hier ich habe ich das so man kann wie ich mir das vorstelle nein das sieht lustig aus aber so wollen wir das nicht jetzt mal von anderen seite vielleicht klappt das ja ja das klappt irgendwie und dann machen wir es auch hier vielleicht geht ne ok Mist das geht nicht denn ach so jetzt machen wir das alles weg machen tunnel hin so einmal hier und einmal hier ran und dann das genauso hier hoch machen wunderbar und dann hier den weg dran dann machen wir hier ne brüge so der baum den nervt und dann hier noch eine so zack 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 So, und dann noch hier. Dann machen wir auch hier einen Weg hier rüber. So, und dann geht's weiter. So, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Zack. Und dann hier meine Brücke noch rüber an das andere Ding. So, machen wir hier ran. Da ran. Und dann. Nö, das geht nicht. Hm, wie machen wir das? So. Ähm, gut. Oh, jetzt hab ich auch noch miese. Dann machen wir hier noch was. Schauen wir mal kurz nach den Steuern. Oha, ich 53.000 negativ. Was haben wir denn hier so für Aufskam? Straßen. Ach, fehlt mir wieder Strom. Mir fehlt der Strom. Ach so, mir fehlt der Strom. Und für Strom brauchen wir, ja, ein Atomkraftwerk. So. Gefälle zu steil. Schauen wir mal, ob ich das hier hin... Ach, das ist doch kacke. So. Was hier nochmal dran. Ähm. Wo mach ich das jetzt hin? Flenschen muss da mit ran. Dann braucht der natürlich auch noch Wasser. So. Und schon haben wir wieder Saft. So, gehen wir mal wieder hinten hin. Und kümmern uns weiter in unser Wohngebiet. So. Da, 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 da. So. Dann hier noch. Gut. Ne, gefälle zu steil. Machen wir es so. 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 Und so. Naja. Und so. Und hier wirst du jetzt einen Weg runter erreicht. Ähm. Dann. Da an die Straße. Dort an die Straße. So. Hier an den Übergeg. Dann kommen wir hier gleich noch. Und hier auch. So. Ja. Ja. Dasselbe. Und machen wir hier noch. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg hier rüber bringen. Habe ich hier nicht. Schon irgendwas angefangen. Ne. Na gut. Ähm. Machen wir es mal hier weiter. Also. Ups. Da was hin. so. Zack. Dort. kurz weg. So. Ups. Falsche Taste. So. Ahem. So. Einmal hier. Da haben wir auch. Hier können wir das so lassen. Das haben wir. Ja, mal hier an dem Überweg. So. Einmal hier. Einmal so. An die Straße. Dann hier. Zack. Und hier machen wir noch einen rüber. So. So. Da 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 da. Ja. Fump. Na gut. Sieht auch einigermaßen gut aus. Dann. Machen wir hier noch eine Verbindung hier rüber. Haben wir hier nicht irgendwo einen Tunnel gehabt? Schauen wir mal. Ah ja, hier haben wir einen. Aber das reicht nicht. Wir machen noch... ...einen hier so hin. So. Und dann geht der... ...hier so. Ups. Ah. Muss man doch ein Stück geradeaus machen. So. Wir nehmen das jetzt hier rum. So. Und dann haben wir da auch einen Übergang. Dann als nächstes kommen hier die Wohngebiete hin. Erstmal hier hin. Das haben wir mal. Diese Gegend erstmal. Wohngebiet. Dann gehen wir weiter mit den Buslinien. Was ist das? Das ist Bus. Oder baue ich jetzt hier eine Mitte? Ne, machen wir normale Buslinien. so. So. Ähm. So. Die geht hier hin. Fährt hier so lang. Hier rum. Da drüber. So. T-t-t-t-t. Hier lang. Da. Dann hier rein. So. Ähm. Hält hier mit. An dem weißen Ding. Und dann da hoch zum Bahnhof. So. So. Einmal so. So. Zack. Und dann geht's wieder zurück. Da machen wir es dann hier rein. Hier rum. Und dann fahren wir nochmal da hoch. Wo sind wir? Wir sind da. Wo bin ich da überhaupt sinnvoll hin? Nee. Na gut. Ähm. Dann machen wir es anders. Dann geht's hier rein. So. So. Zack. Okay. Dann andere Farbe wiedergeben. Uh. Cool. Linienaktivität. Also ich kann sagen, die fährt tagsüber. Nachts. Geil. Ähm. Ähm. Geil. Erstmal andere Linienfarbe. So. Ah. Die haben wir schon. Machen wir es so. Machen wir es so. Okay. Saft haben wir. Ähm. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Dann machen wir am besten noch eine Verbindung hier hoch. Dann nehmen wir hier die zweispurige. Und die geht dann hier rüber. So. Zack. Dann haben wir hier auch gleich noch eine Verbindung dahin. Und ein paar Parks noch. Kleiner Spielplatz. Einmal da brauchen wir ein Vierer Stück. Dann nehmen wir mal den hier. Den können wir hier hinknallen. Da einen hin. Der passt da nicht. Aber hier passt einer hin. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Schulen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich schule das. Ich schule das. Und schule das. Okay. Dann machen wir erstmal die normale Grundschule. Oder ich mache hier so ein Schulviertel hin. Wo sind die alle? Ja. Machen wir das. Also brauchen wir erstmal hier das alles voll. Zack. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Beziehungsweise ich muss eigentlich doch eine große machen. Denn hier kommt jetzt dieses ganze Schulzeug hin. Einmal hier. Einmal hier. Und dann... Und dann... So, hier dran. Ups. Die machen wir einfach hier weiter. Zack. Ausgeteignet. Ausgeteignet. Einmal Strom. Sobald hier die Häuser sind, sieht das auch gut aus. So, und jetzt müssen wir langsam mal wieder Arbeitsplätze bauen. Denn meine Steuern sinken. Dann machen wir erstmal hier weiter. Und dann geht hier eine Straße lang. Beziehungsweise ich lasse hier Platz für den Weg. Ja, müssen wir doch ein Stückchen weitermachen. So. Zack. Und dann kommt der Fußweg dahin. Umso besser. So. Einmal hier. Und von da geht's hier hin. Das brauchen wir auch noch. So. Da, 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 da. Zack. Jetzt müssen wir das hier irgendwie so rüberbauen. So. Da machen wir mal hier so eine Koben-Dinge rein. So. So. Und von hier geht's dann einmal hier rüber. Aber dann schön. So. Und hier machen wir dasselbe auch. Zack. Und so. So haben wir jetzt, ähm, das alles. Dann hier wieder machen wir das Gelände weiter. Nehmen wir gleich den großen Pinsel. So. Da, da, da. Juuuut. 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 Jetzt machen wir... Das lassen wir erst erstmal so frei. Das wird mal ein weiteres Wohngebiet. Denn jetzt brauchen wir noch, erstmal noch ein Gewerbegebiet. Aber das sehen wir dann im nächsten Video. Dann bedanke ich mich vielmals wieder fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde mich freuen. Ansonsten habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dann war es jetzt schon. Amen. Amen.